Moin, was macht ein Pfarrer wie ich am Pfarrertag? Genau, zur High-End nach München fahren. Genau hier bin ich gerade. Um genau zu sein, bin ich sogar gestern schon angereist. Gestern war der letzte Aufbautag und ich habe mir das so ein bisschen angesehen, wie die Leute hier aufbauen. Bin denen ein wenig auf den Geist gegangen, habe mit der Handykamera gefilmt, wie die die Lautsprecher aufstellen, aufbauen und so weiter. Das ganze habe ich dann auf Instagram hochgeladen, für diejenigen von euch, die Instagram haben. Schaut doch einfach mal gerne drauf. So, heute ist der erste Ausstellertag, allerdings für die Händler und für die Presse und ich werde halt hier ein bisschen rumlaufen, für euch das ein oder andere mit der Kamera auffangen und gleich als ersten Termin werde ich bei Kanton noch mal sein, denn die haben eine Weltpremiere, haben da was schönes zu zeigen. Das versuche ich heute Abend auch noch mal hochzuladen. Dann bin ich heute Nachmittag noch mal bei Torenz. Was ich mir auch noch mal ansehen möchte, sind die neue Borg Episode 2 von Finkteam. Aldi Miola werde ich heute treffen. Ob ich mit ihm reden darf, kann, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall werde ich ihn sehen und das Ganze auch noch mal auf Kamera festhalten. Samstag findet eine Podiumsdiskussion statt, live und mit Publikum. Diese Podiumsdiskussion darf ich leiten und da habe ich auch Gäste dabei. Das ist einmal Patrick von Sound & Grooves, Markus Vierl von Audiofreak, Bernd Weber von HiFi IFAS und den Geschäftsführer Lars Baumann von ELAC. Das wird eine ziemlich coole Diskussion. Da geht es um das Thema Futurefy und das Ganze wird auch aufgezeichnet und im Nachgang werde ich das sicherlich auf meinem Kanal posten, so dass ihr es euch anschauen und anhören könnt. Ja, ansonsten werde ich noch mal ein bisschen rumlaufen und schauen, was ich noch für euch so einfangen kann und hoffe an der Stelle, dass ihr einfach jetzt meinen Kanal abonniert, damit ihr diese kommenden Videos in den nächsten Tagen und Wochen nicht verpasst. Also bleibt sauber. Bis bald. Ciao.